Oh, genau, da war er jetzt, Tristan. Direkt danach. Ah, jetzt ist er aber. Da warte ich kurz, lässt ihn vorbeinsteigen, schiebt ihn rüber, Yoko ist da. 2-0. Oh, sehr gutes Ding bisher. Kann er den auch noch? Nein, doch. Oh, starkes Ding rum. Ich glaube, die spielen gegen der eine Marco, die waren ja da. Nee, selber hat er geschickt. Oh, starkes Ding von Yoko. So, jetzt nochmal. Markus gegen der eine Marco, der hier das 1-0 macht mit seinen Mates. Bumba, sie machen das vorne auch echt gut, dass vorne immer ein zweiter trotzdem im Hintergrund ist. Und da war es auch jedes Mal so. Also ich glaube schon, Kisco, der verpasst. Den macht da eklig. Schöner Lupfer. Zu drehen. Für Dream Team. Die haben noch kein Spiel verloren. Die haben alle Spiele in der Herne gewonnen. In Slush war es eng. Boah, Shadow setzt alles super Ding. Sauber gesagt. Ja, das war ganz wichtig. Aber es war halt, wer arbeitet das Spiel gegen RTL da gerade, was hat dann. Aber was halt auch wichtig ist, ist es war nur knapp. Also hier, oh, jetzt aber. Oh, stöönen dich. Halbwegs, was ich gemacht habe? War heute fast? Ja, Franz, die Dicke rüber, sauber. Sehr schönes Team-Play. Punktgenauer Pass. Jetzt sind wir nur noch nicht. 3, 2, 4, 1. Oh, da wird die Gruppe D interessant. Das Spiel ist gedreht. 2 zu 1. Es sah lange gut aus wie Team Slush. Macht es aber auch gut. Also, ganz schwieriges Teil von da oben. Der hat vorhin schon eine klasse Solo gemacht. Und Spiel auch. Boah. Oh, was? ready jetzt mal an wo am ersten da habe ich jetzt nicht mehr schade jetzt aber noch ja ein letzter push schade und kanker nachdrücken du hast noch geht der demo aus dem weg jetzt noch ein reihentau schön ist schade jetzt weiß man auch setzen 32 und maximus wieder hatte keine kraft zu kommen Das war ja schon sehr. Es sah besser, aber ich glaube, ein Wrestler macht das gut wieder. Kein Spaß. Ich hab keine Achseln, jetzt. Oh, Maxi. Schöne. Maxi jetzt, freie Bahn. Das Leben lässt sich nicht nehmen. 1 zu 0. Oh, der hätte sich den Arsch gebissen. Der hätte sich den Arsch gebissen. Ehrlich, ich ärgere mich richtig, dass ich nicht schon früher mit dabei war. Also wirklich, Riesenrespekt an dich, was du hier für ein Turnier auf die Beine stellst. Ey, es macht so Spaß. Das ist nicht zu vergleichen mit irgendeinem Ranked oder sowas. Du schwitzt hier wirklich so rein. Ey, das ist Wahnsinn. Ich muss duschen gleich. Ich muss duschen. Es macht so Spaß einfach. Danke an dich, dass du auch diese ganzen Turniere hier organisierst. Ich schwör's dir. Wenn ich Sonntag nicht dabei bin, dann fress ich drei B. Ich schwör's dir.